Also im Prinzip gibt es so zwei Bereiche, die hier ausgebildet werden, nämlich einmal der musiktheoretische und der praktische. Poprock, Funk und Soul, Jazz und Latin. Es können alle hierher kommen, die gerne Musik machen, die inspiriert werden wollen und die kreativ sind. Kommt her, bewerbt euch, habt Spaß mit uns und lernt von uns.